Domian, das 1Live-Talk-Radio. 0800-220-5050. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800-220-5050. Ja, liebe Leute, wir sind ein bisschen verspätet, bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Die Freitagnacht ist wie immer, das wisst ihr, die ihr uns gut kennt, immer eine freie und offene Themennacht. Also wir können über alles reden, was euch interessiert und worüber ihr gerne mit mir reden, streiten, plaudern wollt. 0800-220-5050, die kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr mailt domian.wdr.de und wenn ihr mailt, in die Mail eure Telefonnummer nicht vergessen reinzuschreiben. So, der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Jürgen. 40 Jahre alt. Richtig. Grüße dich, schön, dass du da bist. Danke. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Frau. Und zwar, ich war von ihr erpresst und terrorisiert, so dass ich mittlerweile seelisch und körperlich am Ende bin und immer weiter weiß. Von der Frau erpresst und terrorisiert. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt seit knapp drei Jahren verheiratet. Kinder? Nein. Also ich habe selber eine Tochter, aber nicht mit ihr zusammen. Nicht mit ihr zusammen. Und seit wann ist die Stimmung gekippt zwischen euch beiden? Eigentlich schon nach einem halben Jahr. Also es passiert immer dann, wenn sie getrunken hat. Ist sie Alkoholikerin? Also ich sage einfach, sie ist Alkoholikerin. Sie sagt, sie ist es nicht. Sie trinkt fast jeden Tag. Wie viel und was? Also mindestens eine Flasche Wein, teilweise auch mehr. Bier und Wein, ganz selten Schnaps. Und wenn sie getrunken hat, wird sie aggressiv. Es war so, dass sie im letzten Jahr fünfmal in der Ausnüchterungszelle und in der Psychiatrie war. Oh. Wer hat sie in die Psychiatrie eingewiesen? Einmal war es ich und viermal war sie, wo sie bei ihrer Mutter oder bei Bekannten waren, die, die dann selber dort angerufen haben. Weil sie so fachig war, so besoffen war? Ja, sie trinkt so viel, dass sie nicht mehr laufen kann, dass sie die Treppen runterfällt. Ja. Dass sie teilweise zum Fenster rausspringen will, sich umbringen will. Also sie weiß nicht mehr, was sie macht. Sie nimmt da zusätzlich noch Medikamente. Ist sie auch berufstätig noch? Ähm, sie arbeitet, ja. Ist 70 Prozent schwerbehindert und ist deswegen unkündbar, ist aber ständig krank. Was für eine Schwerbehinderung ist das? Ähm, es hat was mit dem Herz zu tun und irgendwas mit den Venen. Ach so, mit dem Herz und dann trinkt sie so viel, das ist natürlich Raubbau an ihrem Körper. Richtig. So, jetzt hast du gesagt, dass sie dich terrorisiert und erpresst? Ja, also ist es so, dass ich ihr mittlerweile jetzt im letzten Jahr 10.000 Euro gegeben habe. Bitte? Ich habe mich verstanden. Ähm, 10.000 Euro habe ich ihr gegeben. Einmal 6.000 Euro, damit sie ihr Konto ausgleichen konnte. Ja. Und jetzt 4.000 Euro für ein neues Auto. Und, ähm, der Vorfall war vor ca. 3 Wochen. Da hat sie, war sie wieder ziemlich bedrungen. Ich wollte hier eine Flasche Wein wegnehmen. Dabei ist sie gestürzt, weil ich sie geschubst habe und ist mit dem Kinn auf dem Boden aufgenaht. Warum hast du sie geschubst? Ähm, sie ist aggressiv worden, ist auf mich losgegangen. Ich wollte die Flasche Wein haben, sie hat es nicht hergegeben. Ja. Und dabei ist sie dann eben umgefallen. Ja. Und es ist mit dem Kinn auf dem Boden aufgefallen. Und soweit ich mich erinnern kann, hat sie dann den Kopf genommen und hat noch einmal den Kopf auf dem Boden geneilt von sich aus. Und hat gesagt, sie ruft die Polizei. Und eine Stunde später war die Polizei da und ich habe jetzt ein Gerichtsverfahren anhängen wegen Körperverletzung. Das heißt, weil sie sagt, du hättest ihr das angetan? Das hat sie bei der Polizei gesagt. Also sie unterstellt ihr, dass du gewalttätig warst und dass du sie im Gesicht verletzt hast durch Schläge oder sowas? Ja, ich habe sie angeblich an die Haare packt und mit dem Kopf auf dem Boden galt. Das ist ja heftig. Und du hast das Bild wirklich vor dir, dass sie nochmal extra den Kopf aufgeschlagen hat auf den... Ich weiß es nicht. Und in dem Moment, wo sie umgefallen ist, bin ich gegangen. Und ich weiß es nicht. Also ich bilde mir ein, weil sie dann noch gesehen hat, ja, ich zeige dich jetzt an. Aber wie auch immer, selbst wenn sie das nicht getan hat. Sie hat sich verletzt beim Fall. Beim Fallen. Ja, sie ist im Kopf sehr aufgekommen. Und aufgrund dessen ist das Kinn aufgelöst und da ist eine leichte Narbe. Verstehe. Und Fakt ist, dass sie dir unterstellt jetzt, dass du sie misshandelst. Körperlich. Genau. Und sie macht auch keine Anzeige. Nur die Polizei macht die Anzeige von sich aus. Aha. Und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Gab es da schon Befragungen? Ja, von der Polizei her waren Befragungen da. Ich habe das erklärt, so wie es war. Das geht jetzt natürlich an die Staatsanwaltschaft und dann wird es eben eingestellt oder es gibt eine Gerichtsverhandlung. Sie wird natürlich die Aussage verweigern, sagt aber nicht, dass es nicht so war, weil sie würde sich dann unglaubwürdig machen, wenn ich mich entscheiden lasse. Hast du einen guten Rechtsbeistand? Ich habe einen Rechtsanwalt, ja. Ich habe das halt immer mit Kosten verbunden, das ist das Problem. Natürlich, aber ich würde ja dennoch dringend raten, wenn es irgendwie darum geht, dir einen guten Rechtsanwalt zu nehmen. Genau. Gab es solche Vorfälle schon öfter? Ja, gut, ich habe sie auch schon geschlagen, aber nur mit einer Ohrfeige. Aber aufgrund dessen, weil sie zum Fenster rausspringen wollte oder mit dem Kopf gegen die Wand gerennt ist und sie umbringen wollte. Und dann habe ich ihr Ohrfeige gegeben. Um sie wach zu rütteln quasi. Genau, und dann war auch er Ruhe und das war eigentlich alles und sie behauptet halt, ich schlage sie oder was. Und in dem Moment habe ich mir nicht mehr zu helfen gewusst und habe dann eben mit der Hand auf sie eingeschlagen. Ja, was natürlich auch falsch ist. Ja, klar, gut, aber wenn sie zum Fenster rausspringen... Ja, natürlich, da hast du recht. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Wenn sie nüchtern ist und keine Tabletten oder irgendwas eingenommen hat, ist sie dann normal? Kannst du dann normal mit ihr reden? Ja, normal, man sieht ihr absolut nichts an. Sie schaut auch unheimlich gut aus. Sagt sie dann beispielsweise, es tut mir leid, wie es alles ist? Teilweise, ja. Also sie gibt mir die Schuld, weil ich bin halt dann aufgrund dessen ziemlich schlecht gelaunt darüber, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Und sie gibt halt mir die Schuld. Warum bleibst du bei dieser Frau? Ich will nicht bei ihr bleiben. Ich habe Angst, weil sie mir ja gedroht hat. Also wenn ich mich trenne, dann wird sie mich anzeigen wegen Vergewaltigung. Und da habe ich eben Angst davor. Und wir wohnen zusammen in einem großen Haus. Das heißt, das Problem ist ja, wenn sie bedrungen ist, gehe ich ja meistens... Ihr wohnt alleine in diesem großen Haus? Wir wohnen alleine. Und es ist teilweise so, dass sie dann mit Zigaretten einschläft, dass ich Angst habe, dass die ganze Wohnung abbrennt oder was? Ja. Also, ich meine, wenn sie dir sagt, wenn du mich verlässt, dann zeige ich dich wegen Vergewaltigung an. Das ist natürlich starker Tobak. Man darf sich niemals von so einem Erpressungsversuch einschlüchtern lassen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass da an Gefühlen nichts mehr da ist. An Gefühlen ist so gut wie gar nichts mehr da. Ja. Nur das Problem bei mir ist, ich habe Angst, was danach kommt. Vom Alleinsein, ich habe irgendwie Angst. Aha. Was danach herkommt. Also sie wird das auch so machen, dass sie Männer mit heimbringt dann, die mir vorführt oder sonst irgendwas. Also sie wird versuchen, mich kaputt zu machen. Na gut, du darfst natürlich auch nicht mehr in diesem Haus wohnen. Das ist dir klar. Wenn du dich trennst, dann musst du dich richtig trennen. Ja. Aber solange du auch noch Angst davor hast, vor dem Alleinsein, könnte ich mir vorstellen, dass sich das immer und immer alles wieder ritualisiert, wiederholt zwischen euch beiden. Weil du auch nicht den Mut hast, diesen Schritt über die Tabugrenze hinaus zu machen. Ja. Ich denke einfach mal, dass es am Alkohol liegt und hier eigentlich gar nichts dafür kann. Mag ja sein. Das ist ja egal. Aber was nicht egal ist, ist die Situation, in der du lebst. Ja. Und ich finde, so wie du das geschildert hast, musst du alles daran setzen, diese Ehe und dieses Zusammensein so schnell wie möglich ordentlich zu trennen. Ja. Mit allen Konsequenzen. Jeder nimmt mal an das. Also ich bin wirklich seelisch total kaputt. Ja, natürlich. Es geht nicht mehr. Natürlich. Das ist ja die Hölle. Das ist ja auch ein... Es wiederholt sich ja alles immer wieder. Du kommst ja gar nicht raus. Es ist ja ein Kreislauf, ein Höllenkreislauf. Ja, aber irgendwie komme ich nicht weg. Das ist das Problem. Weil sie nüchtern wieder ganz normal ist, ja. Und zwei Tage später habe ich das Gleiche wieder, ne. War denn die Frau, du sagst, ihr seid drei Jahre verheiratet? Ja. Ich gehe mir davon aus, dass ihr euch vorher auch ein bisschen gekannt habt. Wir haben uns gekannt, ja. Und das war vorher mit ihrem Exfreund genauso. Mit ihrem Exfreund war es genauso? Aber die Zeit, während ihr zusammen wart, aber noch nicht verheiratet wart, war es gut? Wir waren nicht lang zusammen. Also wir waren gerade einmal zwei, drei Monate zusammen und dann haben wir gleich geheiratet. Warum hast du denn da gleich geheiratet? Ja, weil er einfach doof war. Ist ja verrückt, nach zwei, drei Monaten... Ich bin blind vor Liebe und so. Kann ich ja noch verstehen, wenn man irgendwie 18, 19 ist und denkt, das ist jetzt das Glück fürs Leben, aber du bist 40 jetzt schon? Ja. Ja, das war natürlich ein fulminanter Fehler, so schnell zu hören, finde ich. Ich finde immer, dass man da... Es war einfach die große Liebe und so. Naja, gut. Auch die große Liebe muss man sich erstmal ein bisschen angucken. Aber egal, das ist ja Schnee von gestern. Es geht jetzt um die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft. Du musst etwas verändern und du musst alles daran setzen, dass du da rauskommst. Wenn du das seelisch auch nicht so schaffst oder deine Schwierigkeiten hast, dann hol dir psychologischen Beistand für diese komplizierte, vielleicht komplizierte... Das ist ja, dass man immer zwei Monate warten muss, dass man überhaupt einmal einen Termin kriegt oder was, ne? Ja, bis zu allen schon. Aber es gibt auch die eine oder andere Beratungsstelle, wo das schneller geht. Da war ich schon überall dort. Also ich habe mich schon überall erkundigt. Aber jetzt hat man eigentlich auch nicht weitergeholfen. Ja. Okay, ich weiß das nicht, wo du warst. Ich werde dir jetzt über meine Psychologin gleich auch noch ein paar Anlaufstellen geben. Das kann ja nichts schaden. Aber dennoch musst du natürlich für dich auch die Entscheidung erstmal innerlich treffen, dass du weg willst. Ja, also weg wollen durch zwei Jahre. Ja, aber auch wirklich. Und dass du dich ja auch von diesen Dingen, die sie sagt, dass du dich da nicht einschüchtern lässt. Und vor allen Dingen, dass du auch gegen deine eigene Angst angehst. Wie ist das, wenn ich dann alleine bin? Ja, das ist das größte Problem. Hast du überhaupt in deinem Leben schon mal alleine gelebt? Ja, teilweise, aber nicht viel. Also da ist mir ziemlich schlecht gegangen. Wenn ich alleine war, ist mir ziemlich schlecht gegangen, seelisch. Noch schlechter als jetzt? Nee, nicht noch schlechter. Na siehste. Also kann es eigentlich erstmal nur einen Tick besser werden. Mhm. Vielleicht sogar, wenn du das schaffst, vielleicht das doch hinzukriegen mit dem alleine leben, wäre das natürlich auch ein tolles Erfolgserlebnis für dich. Wenn du wüsstest, kann ich auch. Ist vielleicht nicht die optimale Lebensform für mich, aber ich kann das auch. Lieber Thomas, du musst was ändern. Ja, weiß ich. Ich bitte dich jetzt aufzulegen, du hast von Magdalena, meiner Psychologin, zurückgerufen und könnt ihr generell noch ein bisschen reden und sie wird dir die eine oder andere Beratungsstelle noch geben. Okay, super. Alles Gute und viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bitte unter dieser Telefonnummer oder mailt domian.at.wdr.de. Hier ist die Erich und Erich ist 65. Hallo Erich. Ja, hallo Domian. Hallo Erich. Um was geht's denn? Ja, ich wollte nochmal auf das Thema von gestern zurückkommen. Unerklärliche Phänomene. Ja. Ja. Da ist mir etwas passiert und das wollte ich doch nochmal erzählen. Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich in meiner Stadt, wo ich wohne, bei einem Juwelier gearbeitet und der Chef, achso und dann hatte ich einen Traum gehabt. Der Chef, mein Chef im Juwelierladen hat mich geschickt für ihn Zigaretten zu holen. Im Traum? Im Traum. Er ist aber ein Nichtraucher. Er hat mir Geld gegeben und ich bin durch meine Stadt gelaufen und kam zum Bahnhof und bin dort in den Zug eingestiegen und bin nach Nürnberg gefahren. Und Nürnberg war ein bekanntes Kaufhaus, das es auch in Düsseldorf gibt. Und da ich aber das Nürnberger Kaufhaus nicht kannte, sah das genauso aus wie das Düsseldorf in meinem Traum. Und ich sehe, dass dieses Kaufhaus brennt, liegt er lo und dass da Menschen aus dem Fenster springen. Ja, und dann bin ich aufgewacht und ich denke, verdammt nochmal, ich war nass geschwitzt. Na gut, dann habe ich nach einer Weile weiter geschlafen und am nächsten Tag, als ich wieder in die Firma kam, habe ich meinem Chef das erzählt, ich stelle mir vor, was ich geträumt habe. Ich habe für dich Zigaretten geholt, er sagt, was, oder ich rauche, ich sage, weiß ich. Und ich bin dafür nach Nürnberg gefahren. Da sagt er, da wird ja immer bunter. Ja, ich sage, und da bin ich dann an dieses berühmt-bekannte Kaufhaus gekommen in Nürnberg und das brannte Lichter lo und Menschen sprangen aus dem Fenster. Da sagt er, du hast ja vielleicht Träume. Na gut, dann haben wir das vergessen. Und um 11 Uhr, so zwei Stunden später, kam er zu mir und sagt, da kommen wir in mein Büro, bitte. Ich habe gerade die Nachrichten gehört, in Nürnberg ist dieses Kaufhaus abgebrannt und Menschen sind aus dem Fenster gesprungen und die sind dann umschlägen gekommen. Nur die, die aus dem Fenster gesprungen sind. Na, das ist aber margolig. Ja, ich war fix und zartig, als ich das gehört habe. Wann war denn das? Wie lange liegt das zurück? Das ist schon ziemlich lange. Das genaue Datum weiß ich nicht. Also länger liegt es zurück. Ja, das muss so 60, 61 gewesen sein. Das ist aber verrückt. Das heißt, du hast im Traum vorhergesehen, dass dieses Kaufhaus in Nürnberg brennen wird. Ja, das habe ich gesehen. Und zwar in der Nacht vorher. Hast du es im Traum gesehen? Ja, in der Nacht vorher. Das ist aber gruselig. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Hast du denn denn Bilder im Fernsehen gesehen davon? Oder nee, da hatte man noch nicht so viel Fernsehen. Nee, in der Zeitung da war es. In der Zeitung. In der Zeitung. Bilder drin gewesen. Ich weiß nicht, ob ich im Fernsehen was gesehen habe. Das kann ich nicht so genau sagen. Aber in der Zeitung da war was, oder Illustrierte, die man früher sah. Nun liegt das ja schon sehr lange zurück. Ja. Hast du denn irgendwann in deinem Leben nochmal irgendetwas geträumt, was dann eingetreten ist? Nee, geträumt habe ich nichts. Ich hatte nur mal etwas anderes. Das war aber kein Traum. Ich bin mal an einem Sonntagnachmittag im sehr heißen Sommer. Ich wohne hier in meiner Stadt, genau in der Innenstadt. Und da bin ich gelaufen nach Valentini, wollte ich Eis holen. Und die Straßen, weil es so heiß war, waren völlig leer. Kornverkehr. Und ich stehe an einer Ampel. Und die zeigte für mich grün. Und ich sah kein Auto und nichts. Und irgendjemand hat mich zurückgehalten, dass ich nicht gegangen bin. Ich habe das Grün da gesehen. Und dann kam ein holländischer Wagen und fuhr durch. Wenn ich gelaufen wäre, dann hätte der mich gepackt an der grünen Phase. Und du hattest diesen Wagen gar nicht wahrgenommen vorher? Nee, vorher habe ich den nicht wahrgenommen. Ich hatte nur das Gefühl, dass jemand mich zurückhielt und sagt, bleib stehen. Geh nicht rüber. Aber ansonsten ist sowas noch nicht bei mir passiert. Ja, aber das mit dem Kaufhaus ist ja schon beeindruckend. Das ist schon beeindruckend. Wenn man das so konkret vorher träumt. Ja, das habe ich alles ganz dicht vor mir gesehen. Ich habe das auch morgens bei uns im Geschäft. Da haben die anderen Kollegen auch zugehört. Da habe ich das auch alles erzählt. Und du hattest sogar im Traum den Namen des Kaufhauses gesehen, ne? Ja, ich wusste das Kaufhaus. Und da ich nicht weiß, wie dieses Kaufhaus, das gibt es in verschiedenen Städten in Deutschland, wie dieses Kaufhaus also in Nürnberg aussieht, war also in meinem Traum, war das Düsseldorfer-Modell, was ich gesehen habe. Tja. Ja, es gibt, glaube ich, einfach wirklich Sachen, wie man so sagt, zwischen Himmel und Erde, die wir nicht kapieren. Und die passieren halt immer wieder mal, worauf wir uns keine reinmachen können. Ja, mein Chef dachte, komm mal ins Büro, ich muss dir dringend was erzählen. Ich dachte, da wäre irgendwie was abhandengekommen oder was. Da sagte er, gerade habe ich die Nachrichten gehört. Dann haben wir gestern das Kaufhaus abgehört. Da war der sicher auch baff, ne? Ja, sicher. Wir waren alle ein bisschen, wir haben gezittert, ne? Lieber Erich, danke, dass du es uns erzählt hast. Das passte genau wirklich zu unserem Thema gestern, da hast du recht. Ja, sicher. Ich habe versucht, ich bin auch nicht durchgekommen. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft und ich freue mich darüber. Okay. Alles Gute. Jürgen. Tschüss. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Richard 30. Guten Morgen. Hallo, ich grüße dich. Hallo, Richard. Um was geht's? Ja, eigentlich so um eine Schlägerei. Ich wurde zusammengeschlagen. Wann? Bitte? Wann? Am 29.09.06 war das. Ja, und von wem? Fünf Engländer, also mit denen hatte ich Ärger. Ja, Fußball-mäßig, irgendwie Hooligans oder sowas? Ne, das waren Soldaten. Ah ja, hier in Deutschland? Hier in Deutschland, aus Hannover komme ich. Beschreib mal, wie kam es zu der Rangelei, zu der Gewalttätigkeit? Ich war mit meiner Freundin in der Bar. So, also ganz normal, eigentlich einen ganz normalen Abend gehabt, so. Ich saß mit dem Rücken zu denen. Ja. Und die waren alkoholisiert. Gut, ich habe mit meiner Freundin auch was getrunken. Mhm. Na, und auf einmal wurde ich mit Eiswürfeln und Zitronenscheiben beworfen. Was ja noch nicht ganz so schlimm ist. Ne, aber normalerweise, also ganz normale Reaktion, man steht auf, dreht sich um, fragt, was soll das? Ja, aber die Leute, die konnten kein Deutsch, weil, wie gesagt, Soldaten. Und, ähm, ja, jedenfalls habe ich denen mit meinem Schwulenglisch, sage ich jetzt mal, ne, versucht irgendwie auf eine Wellenlänge zu kommen. Na, dass ich denen klar mache, so stressmäßig bringt nichts. Ja, jedenfalls wollten die fünf da schon auf mich los, weil die sehr stark alkoholisiert waren. In dem Lokal noch? Ähm, es war draußen, also, ne, es war noch ziemlich warm, wir saßen draußen, war so ein Vorbau. Achso. Und quasi Biergarten, es war ein Irish Pub. Mhm. Ne, und jedenfalls, äh, die Bedienung hat dann nach der Weile die Polizei gerufen. Mhm. Ne, ich habe Platzverweis bekommen, so, warum, weiß ich auch nicht. Ich habe mit der Polizei diskutiert, wieso. Na, aber die meinten wohl, lieber einen Deutschen wegschicken, als mit sich fünf Engländern anlegen. Mhm. Mhm. Ja, jedenfalls, ähm, Stress auch mit meiner Freundin gekriegt. Warum? Ja, und da habe ich den Kürzeren gezogen. Ja, weil sie eben der ganzen Sache, weiß nicht, sie fand das übertrieben alles. Was fand sie übertrieben? Ja, dass die so abgegangen sind und dass ich eben mit denen immer reden wollte. Also sie fand deine Reaktion auch übertrieben, sonst hättest du ja nicht Stress mit ihr. Ja, sie meinte eben so, setz dich hin, lass gut sein. Ja. Na. Also sie war deeskalierend drauf und du warst provoziert. Provozierend nicht wirklich. Naja, ein bisschen schon. A little bit, sage ich mal. So, und dann? Ja, jedenfalls, die Polizei war weg, meine Freundin ist mit ihrer Freundin auch abgezischt und ich wollte zur Bahn runtergehen. Mhm. Ja, ganz normal, Abgang, Klügere geht nach. Ja, zwei, drei Stufen zur U-Bahn-Station habe ich noch mitgekriegt und auf einmal wurden die dichter dunkel. Und ja, zwei Tage später bin ich in der Intensivstation wieder aufgewacht. Oh, weißt du, die haben dich verfolgt? Die haben mich verfolgt. Und haben dich von hinten direkt zusammengeschlagen? Genau, haben mich von hinten wieder geschlagen. Ich habe einen doppelten Schädelbruch erlitten und seitdem höre ich auf dem linken Ohr erst ab 120 Dezibel was. Also sprich, ich muss auch ein Hörgerät tragen, damit ich da irgendwas mitkriege und ich rieche und schmecke nichts mehr. Du riechst und schmeckst nichts mehr? Also riechen gar nicht mehr und schmecken Aromastoffe, geht noch. Was ja auch eine beträchtliche Einschränkung der Lebensqualität bedeutet. Also, sagen wir es mal so, ich habe einen Behindertenantrag gestellt, ich hatte jetzt die Reha hinter mir und alles, weil ich das damals nicht für nötig gehalten habe. 2006 sagst du, ne, im September war das? 2006, 29.09.06 war das. Wie lange lagst du denn da im Krankenhaus? Knapp zwei Wochen. Also ich bin auf einem MSN-HR bin ich gegangen. Wundere ich mich, dass du nach zwei Wochen dann schon mit doppeltem Schädel, wie sagt, nennt man das Schädelbasisbruch oder so? Schädelbasisbruch. Dann schon rauskommt, ja. Ja, die Ärzte waren dagegen, aber wie gesagt, ich fühlte mich ganz gut. Aber gut, die Kopfschmerzen waren da, das war die Hölle. Und du kannst dich an eine Kampfsituation gar nicht erinnern, weil die wirklich von hinten auf dich drauf gehören. Die kam von hinten. Und haben auf dich eingeschlagen. Ja. Hat man die je gefasst? Einer ist angeklagt worden. Wie ist man an den rangekommen? Ich weiß es nicht, also die Bedienung hat wohl was gesehen. So, ich weiß nicht, die vier anderen, die haben wohl zugeguckt und fanden das wohl ganz toll und der eine ist hinter mir her und hat mich ledergeschlagen. Achso, es war dann einer, der dich niedergeschlagen hat. So wie man sagt, du weißt es ja nicht. Nee, also wie gesagt, angeklagt, so im Staatsanwaltsprotokoll steht drin, einer ist angeklagt. Den Namen habe ich auch, bloß das Problem ist, weil die bei der Armee waren, beziehungsweise sind, bei der Englischen, da habe ich einen Brief vom Amtsgericht bekommen, dass Deutschland nicht zuständig ist, weil die eben bei der Armee sind. Ehrlich, so ist das? Wenn Angehörige einer fremden Armee in Deutschland so etwas machen, sind deutsche Gerichte nicht zuständig? Also ich kann jetzt nur über die englische Armee reden, weil mit anderen habe ich noch Ja gut, okay. Und deswegen, ich war da auch tierisch baff. Und guck mal, die ganze Sache ist jetzt knapp anderthalb Jahre her und es ist noch nichts passiert. Also es gab keine Gerichtsverhandlung? Gab es noch nicht, also es läuft noch. Und wenn, dann gibt es diese Gerichtsverhandlung in England oder hier? Hat mein Anwalt gesagt, wenn es wirklich hart auf hart kommt oder so, kann es sein, dass die ganze Sache in England über die Bühne läuft. Ja, was heißt, wenn es hart auf hart kommt? Weil die ganze Sache ist jetzt zu den britischen Streitkräften, die sind, weiß ich nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen, in Stuttgart oder so, die haben da extra so eine Behörde, Special Offices vor, gerade für so Kriegsverbrechen, sage ich jetzt mal. Naja, Kriegsverbrechen ist es gerade nicht, aber das ist eine Behörde, die das wahrscheinlich dann regelt. Genau, genau. Das heißt, das ist mir neu, dass die deutsche Justiz kein Zugriffsrecht hat, auch wenn ein Deutscher daran beteiligt ist, wenn jemand aus zum Beispiel der englischen Armee so etwas macht. Ja, ich meine, es ist ja auf deutschlandigem Grund geschehen, so weißt du? Ja, eben, und du bist ein Deutscher. Ja. Na und deswegen, also jedem... Da fühlt man sich ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ungerecht behandelt und hilflos an deiner Stelle. Also ich fühle mich tierisch scheiße sein. Das könnte ja sein, ist das Ganze jetzt, ich will mir nichts unterstellen, aber irgendwie versandet. Im Sande verläuft, ja. Ja, ja. Hat mein Anwalt auch gesagt, weil, wie gesagt, ein Einländer wird den anderen nicht gegen das Bein pinkeln. Hat denn dein Anwalt da mal Recherchen betrieben, ob es da andere Fälle ähnlicher Art gibt und wie die ausgegangen sind? Also ich bin noch im Kontakt mit dem Weißen Ring. Ja. Sagt dir das was? Ja, natürlich, ja, klar, wichtige, gute Institutionen. Genau, genau, so, und, ja, weil, wie gesagt, so momentan, es sind nur Kosten auf mich zugekommen. Guck mal, so das Hörgerät kostet 1600 Euro. Na klar. Die Krankenkasse übernimmt 400 Euro, 1200 muss ich selber zahlen. Ja, ja, abgesehen von den Schmerzen, die du hattest, dann hast du den Geschmackssinn verloren, den... Ich kann meinen Job nicht weiter ausüben, so ich darf kein Auto mehr fahren seitdem. Was hast du vorher gemacht? Ich war Kurierfahrer. Ach, du darfst kein Auto mehr fahren? Nein, weil ich zweimal hinter dem Steuer zusammengesackt bin. Also ganz gravierende Folgen für dein Leben. Was sagen denn die Leute vom Weißen Ring? Wie schätzen die das ein? Ja, wie schätzen die das ein? Also, die haben auch gesagt, so, die haben ja ihre Zeitung und so, haben mich gefragt, wie sieht's aus, dürfen wir da einen Fall publik machen? Ich sag ja natürlich, so, mit Name, alles, so, ich steh euch gerne zur Verfügung. Bloß, wie gesagt, so, weil es eben ein anderes Land ist, ist es eine außergewöhnliche Sache. Einerseits schon, andererseits ist das nicht ein Land irgendwie im fernen Afrika, Asien oder so etwas, sondern es ist Europäische Union. Ne, ich hab auch schon gedacht, so, wenn alle Stricke reißen, irgendwie mal eine Zeitung wenden oder was weiß ich, so, weil, guck mal, wenn ich sowas da drüben machen würde oder so, die würden mich, glaube ich, am nächsten Baum gleich aufhängen oder so. Also, ich würde mich da wirklich auch jetzt rechtsmäßig sehr, sehr detailliert beraten lassen, da bist du bei dem Weißen Ring sicher erstmal in guten Händen und dir vielleicht auch einen entsprechenden Anwalt suchen, der professionalisiert ist, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und wenn alle Stricke reißen, dann wirklich ganz nach draußen an die Presse zu gehen, damit du zumindest ein ordentliches Schmerzensgeld bekommst für all das, was du hast ertragen müssen. Es geht ja nicht anders, dass der davonkommt, auch wenn er Soldat ist. Ja. Was ist denn das für ein Rechtsverständnis, auch wenn es ein Soldat eines befreundeten Landes ist, das ist ja völlig wurscht. Ja klar, wo ich bei der Bundeswehr war und wenn ich da irgendwie missgemacht habe, so, da habe ich zivil und drinnen nochmal einen auf den Sack gekriegt und so, weißt du. Könnte ja vielleicht auch sein, dass ein rechtskundiger Zuschauer, Zuhörer dir vielleicht noch einen Tipp geben könnte, wohin du dich wendest, wer vielleicht da ein Fachmann ist oder so, könnt ihr uns gerne mailen, domian.wdr.de und wir reichen das an den Richard weiter. Ja, das wäre super. Damit du zumindest ein Recht bekommst und vielleicht sogar ein bisschen Kohle. Dein Job... Ja, weiß ich nicht. Die Kohle ist mir eigentlich Nebensache, so, weißt du. So die ganzen Sachen, so, weil seitdem, ich bin sentimentaler geworden. Und gerade beziehungstechnisch und so, alles klappt nicht mehr so, wie es sollte. Ja klar, das hat psychische Folgeschäden, natürlich. Du hast deinen Job verloren, sagst du das? Ich habe meinen Job verloren, gut, jetzt so, ne, über den Rentenversicherungsträger und über das Arbeitsamt so, versuche ich eine Umschulung anzustreben. Ja, aber ich darf kein Auto mehr fahren, super. Ja, und all das, und wegen, wegen einem Barbesuch. Ja. Scheiße. Also, Richard, wenn wir interessante Informationen bekommen sollten, reichen wir die sehr, sehr gerne an dich weiter. Ja, wie gesagt, Telefonnummer habt ihr. Ja, ja. Und ich würde mich freuen, wenn sich irgendwer melden würde, der sich damit auskennt oder ihr irgendwie noch einen Plan habt. Genau, dann würden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Wunderbar. Und wie gesagt, mit dem weißen Ring, da bist du auch schon mal an einer sehr guten Stelle. Ja, das ist eine super Entzüttelung. Ja, absolut, ja. Genau. Ich drücke dir die Daumen, dass irgendwas dabei rumkommt und dass du zumindest ein wenig dein Recht erhältst. Jawohl. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Schöne Nacht noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Jo, tschüss. Hier ist Tanja. Tanja ist wie alt? 33. Guten Morgen. Hallo. Moin, Umja. Hallo Tanja, jetzt bist du dran. Das war ein bisschen schnell jetzt, ne? Ja. Tanja. Ich war, geht's da drum. Ich bin letztes Jahr anschaffen gegangen, zwei anderthalb Monate. Erstmalig? Erstmalig, ja. Mhm. Hab den Job vielleicht durch eine Dummheit verloren und will jetzt auf eigenen Füßen weitermachen. So, wie kam es überhaupt, dass du voriges Jahr anschaffen gegangen bist? Ähm, ich hatte bei uns in der Zeitung eine Annonce gelesen, äh, Frauen, äh, für Begleitservice in Teilzeit gesucht. Mhm. Das war mittwochs gewesen. Ich weiß nicht, mir war im Vorfeld, war es mir eigentlich schon klar gewesen, äh, dass, dass halt das dahinter steckt. Das ist immer so die vornehme Ausdrucksweise, ne? Bitte? Das ist so die vornehme Ausdrucksweise. Ja, ja. 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 Und, äh, ich hatte dann, ich hatte mir das bis Samstags überlegt, ob ich dazu bereit bin oder nicht. Mhm. Und ich hatte dann Samstag angerufen und das hat sich auch alles ganz toll angehört und er meinte aber auch gleich, äh, dass ich damit, natürlich er würde Begleitservice anbieten, äh, aber dass ich mit dem Anschaffen halt mehr Kohle verdienen kann. Mhm. Also um das Doppelt und Dreifache. Und wir haben uns dann getroffen zum Einstellungsgespräch und, äh, ich hab dann halt... gefragt, wie viel ich bekommen kann und wie das laufen würde, weil ich lebe hier auf dem Land und ich hätte gar keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Mhm. Und das wäre kein Problem, die würden mich abholen und, äh, die Kosten wären halbe-halbe. Lass mich mal kurz unterbrechen. Ein Einstellungsgespräch, wenn man quasi als Prostituierte arbeiten will, soll, was fragt da der, der Vorgesetzte? Äh, zu was ich, äh, was ich bereit bin und, äh... Muss man sich da auch, ich frag's jetzt mal ganz plump, muss man sich da auch, ich frag's rausziehen und den präsentieren, ob man auch gut gebaut ist? Nein, nein, definitiv. Wir waren im Café, wir haben Kaffee und Kuchen getrunken. Äh, mit Ausziehen war da gar nichts. Natürlich hab ich mich die Figur betonte angezogen. Ja. Äh, wo er gesagt hat, mit dem Klamottenstil, da müssen wir noch was ändern. Also da hat er gleich gesagt, das ist passé, das gibt es nicht. Ja. Äh, er möchte nicht, äh, dass die Nachbarn seiner Kundschaft, äh, äh, sehen, was da jetzt kommt. Also ein bisschen dezenter. Ja. Ja. Richtig dezent. Und er hat gefragt, was du zu machen bereit bist. Ja. Ja. Also, äh, äh... War das ein Zuhälter oder wie nennt man so jemanden? Nein, ich würde ihn nicht Zuhälter nennen. Also, äh, äh, das Klischee Zuhälter überhaupt nicht. Also, äh, er war ein gestandener Mann, er wusste, wie er zu reden hat, also Zuhälter mäßig überhaupt nicht, wie man es aus dem Fernseher dann heißt. Aber, dann hast du letztendlich für diesen Mann gearbeitet. Genau. Für dessen Agentur, äh, wie sich das dann wahrscheinlich genannt hat. Genau. Anderthalb, anderthalb Monate. Anderthalb Monate. Mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Wie fandst du's? Bitte? Wie fandst du's? Äh, der erste Kunde, das war unangenehm gewesen. Aber, äh. Warum? Ja, der Geruch und, äh, ich hatte ja erst vorher Pkw und Hausbesuche gemacht. Mhm. Und das war dann halt mein erster Kunde und der war nicht so wohlriechend. Wie Pkw und Hausbesuche? Was ist der Unterschied zwischen Pkw und Hausbesuchen und deinem ersten Kunden? Äh, also Pkw ist, es gibt vorgeschriebene Plätze, die mein Chef ausgesucht hatte vorher schon. Ja. Wo man sich dann trifft, das waren drei Plätze gewesen. Mhm. Und wo dann hinten vielleicht ein Waldstück oder so war, wo man dann hätte hineinfahren können. Ach so. Um dann da, wir wissen schon. Ja. Und das ist dann auch passiert in den Waldstücken? Das ist dann auch passiert, ja. Aber die hätten ja auch schlecht riechen können. Äh, ja, ich hatte Glück gehabt. Vielleicht lag's auch an den Preisen. Also ich denke mir, umso höher die Preise sind, umso bessere Klientel bekommt man. Also auf jeden Fall dann der erste Kunde, das heißt, der ist dann zu dir in die Wohnung gekommen, oder? Nein. Nein. Sondern? Das war ein Pkw-Treff gewesen. Wir haben uns an einem Ort getroffen. Ja. Also ich bin hingefahren worden, bin dann zudem ins Auto gestiegen. Wir sind dann halt in den Wald gefahren. Ja. Und haben, oder haben versucht, das zu tun, so. Aber der roch schlecht. Ja, der war nicht so. Der hatte sich nicht gewaschen im Schritt vorher. Genau, genau. Wie Eike Immel, ne? Der wäscht sich ja auch nicht. Aber nee, nee. Das wollen wir jetzt gar nicht vergleichen. Das ist ja netter. Ich fand den ja wirklich sehr nett. Ja. Aber da... Ich bin gebürtige Dortmunderin, also. So, Tanja, jetzt will ich erst mal wissen, was du vorher gemacht hast, so beruflich. Vorher. Was heißt beruflich? Ich habe meine Kinder erzogen. Ach, du hast Kinder. Ja. Wie viel? Sechs Stück. Sechs Kinder? Ja. Im Alter von bis? Von sieben bis fünfzehn. Von sieben bis fünfzehn. Alleinerziehend? Alleinerziehend, ja. So. Alleinerziehend, Hausfrau, und da kann man nicht viel nebenher arbeiten. Nein. Mit so vielen Kindern. Das ist mir klar. Ja. Jetzt hast du anderthalb Monate gemacht. Warum nur anderthalb Monate? Mein Chef wollte mich buchen. Und ich habe es erst nicht für ernst genommen. Er ist halt ein ganz witziger. Und ich hatte dann mit meiner Freundin gesprochen. Und die meinte zu mir, Tanja, das ist ein Job. Job und egal, wer vor dir steht. Job ist Job. Und irgendwann bin ich doch darauf eingegangen. Das hat halt gerade diesen Moment gepasst. Und ich habe mich von ihm buchen lassen. Ja, jetzt verstehe ich aber immer noch nicht, warum du dann nach anderthalb Monaten aufgehört hast. Weil wir waren Team zu dritt gewesen. Mein Chef, seine Lebensgefährtin und ich. Und wir waren halt viel zusammen in dieser Zeit. Ich musste zu den Terminen gebracht werden. Sie musste zu ihren Terminen gebracht werden. Ja. So, dass wir dann halt zu dritt. Und sie bekam dann das halt irgendwann raus. Ach so. Und die wollte das nicht, dass du da auch... Nein, und dann war Eises Kälte im Auto gewesen. Die haben mich ignoriert, beide. Obwohl ich wusste... Jetzt habe ich das gerade richtig verstanden, dass du eigentlich gerne jetzt wieder in diesen Job reingehen möchtest. Ja, definitiv. Das heißt, du hast das sogar ganz gerne gemacht. Ich habe es geliebt. Du hast es geliebt? Du hast es geliebt, als Hure zu arbeiten? Ich habe es geliebt. Ich bin stolz zu sagen, dass ich anderthalb Monate eine Hure war. Ja. Was hast du geliebt an dem Job? Zuallererst natürlich war das Geld. Ja. Gar keine Frage. Ich habe sehr gut verdient. Also, wenn ich so ehrlich sein darf, ich hatte dreieinhalbtausend Euro im Oktober gehabt. Netto? Ja, und ich habe ihm die Hälfte abgegeben. Ich habe sogar mein Hotelzimmer zur Hälfte davon bezahlt. Und das hatte ich in der Tasche gehabt. Also, du hättest netto dreieinhalbtausend Euro. Ja. Das ist natürlich eine Stange Geld. Das ist wunderbar viel Geld. Und es hätte sich noch steigern können. Und es hat dir so seelisch nichts ausgemacht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, du konntest gut so wegschalten, die private Tanja und die Job-Tanja? Ja, definitiv. Ich denke auch eher, dass es gar nicht so von der privaten Tanja entfernt war. Das heißt, du hast auch sexuellen Spaß dabei gehabt? Ja, hin und wieder. Hin und wieder mal. Ja. Ja, es gibt sicher Huren. Und Huren ist ja kein böser Begriff. Die Huren nennen sich ja selbst Huren. Ja. Es gibt sicher einige, die das wirklich so professionell auch sehen. Oder die es noch professioneller sehen. Die wirklich sagen, hier, das ist mein Job und da ist die private Person und das hat beides nichts miteinander zu tun. Ich kann das machen. Es gibt natürlich auch viele, viele, viele Mädels, mit denen habe ich hier in Mengen schon gesprochen, die große Probleme damit haben. Nein. Die seelisch irgendwann verzweifeln und nicht mehr zurechtkommen. Nein, dafür habe ich schon in meinem ganzen Leben ganz andere Sachen gehabt, die mich seelisch zerstört hätten. Aber überhaupt nicht. Hast du Angst, hättest du nicht Angst, dass deine Kinder das irgendwie erfahren, was du machst? Ähm, es kommt. Ich muss dazu sagen, meine beiden Großen wissen es mittlerweile. Ah ja. Die Großen sind 15 und? Und 13. Und 13. Das ist ja schon eher ein schwieriges Alter, das so zu erklären. Wie erklärt man das einem 13-jährigen Kind? Äh, ich war gezwungen, das den Kindern zu erzählen, den beiden Großen. Äh, es gab halt so weit Probleme, dass ich bedroht wurde von der Frau. Ach so. Und ich hatte Angst, dass sie zu meinen Kindern geht und sagt, deine Mutter, die hat das und das gemacht. Wie haben die Kinder darauf reagiert? Äh, meine Große hat sofort angefangen zu weinen. Mhm. Äh, genau, weil, weil sie das Schubladen denken, was einem angeeignet wird. Hat sie verstanden, was, was, hat sie letztendlich schon, und auch die, der, oder die 13-Jährige verstanden, was das eigentlich für ein Job ist? Ja, natürlich. Also meine Zweite konnte damit besser umgehen, wie meine Große. Die Große hat geweint. Ja, weil sie dachte, ich, ich mach das, äh, mir würde das nicht gut tun. Mhm. Mir würde das an die Seele gehen, an die Substanz, also. Ach so, hat sie schon überlegt und auch gesagt. Ja, das ist ja toll. Ja. Und du hast ihr das so begreiflich gemacht, dass das für dich ein Job ist und, äh. Und dass mir das Spaß macht und ich auch es weitermachen werde, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und jetzt bist du dabei, irgendwie was Neues zu suchen, oder? Äh, nein, ich bin halt 33. Äh, das war das erste Mal, dass ich sowas in der Zeitung gelesen habe. Mhm. Natürlich suchen Clubs Namen. Mhm. Ja, keine Frage. Aber ich meine, ich habe sechs Kinder geboren. Äh, ich bin 33 Jahre im Club, würde ich untergehen, definitiv. Das heißt, du würdest das eigentlich gerne machen, aber du findest eigentlich keine Anstellung. Genau. Oder keine Möglichkeit, das zu machen. Genau. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, dass ich mich selbstständig mache. Als, ja, als Prostituierte dann. Ja, genau. Genau. Ja, ich bin so ein bisschen platt. Das ist schon ungewöhnlich, was du so erzählst. Und auch mit der Überzeugungskraft, dass dir das überhaupt gar nichts ausmacht. Ich bin so ein bisschen gebremst bei der ganzen Sache. Wenn du eine alleinstehende Frau wärst, würde ich sagen, okay, komm, ist dein Leben. Wenn du das so für dich entscheidest, mach es. Ich bin so ein bisschen gebremst, was die Kinder anbelangt. Ja, aber ich habe auch die Verpflichtung, für meine Kinder aufzukommen. Natürlich, aber. Wir haben jetzt lange genug von Hartz IV gelebt. Verstehe. Verstehe. Ich hätte nur Sorge, dass man vielleicht irgendwie, dass man die Kinder hänselt. Dass die Kinder irgendwie es schwerer haben dadurch. Um Gottes Willen. Ich lebe auf dem Land. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Job hier in meinem Dorf ausübe. Definitiv. Was meinst du, wie schnell das da rum ist? Nein, also ich konnte es gut geheim halten. Das war letztes Jahr im Oktober. Das war anderthalb Monate. Wenn du das ein paar Jahre machst, weißt du, da ist aber auch jeder Knecht im Dorf. Natürlich, natürlich. Irgendwann vielleicht ja. So, und dann ist es die Frage, wie haben die Kinder eventuell darunter zu leiden? Ja. Also ich finde, dass die Verantwortung für deine Kinder, du hast natürlich recht, dass du den Kindern was bieten willst finanziell. Das ist natürlich verständlich. Aber auch nicht um jeden Preis. Du musst abwägen. Die Verantwortung, die du deinen Kindern gegenüber trägst, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Verlockung, dass du da gut Geld verdienst und dass du das auch noch, wie du sagst, gerne machst. Das finde ich das ganz schön. Nein, das ist mir schon klar. Gar keine Frage. Und ich bin auch sehr vorsichtig. Also es weiß keiner hier in dem Umfeld. Das wissen zwei Freunde. Und meine Töchter werden nicht hausieren gehen. Definitiv nicht. Ja, aber alles sickert irgendwie durch. Das wissen wir ja. Ja, das ist auch alles gefasst. Wenn du das wirklich machen willst, du bist eine erwachsene Frau, steht in deiner Freiheit, dann musst du wirklich dir vorher genauestens überlegen, wie du mit den Kindern umgehst, wie du die Kinder schützt. Dass bloß kein Schaden den Kindern entsteht. Nein, das kommt an erster Stelle. Meine Kinder, die sind sehr wichtig. Ja, das hoffe ich auch. Ich höre es ja auch so raus, dass das für dich schon das Wichtigste ist mit den Kindern. Ja, das heißt, du würdest dich dann selbstständig machen wollen und dann mal gucken, wie das so läuft. Ja, aber ich ecke irgendwie an beim Arbeitsamt und ich weiß nicht, ob ich hier der einzigste Ort bin, der keine Gründungsdarlehen gibt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß von anderen Orten und ich weiß von anderen Leuten, die Gründungsdarlehens bekommen haben. Es gibt Gründungsdarlehen für Prostituierte? Ja, also ich habe ganz offen. Nein, überhaupt. Also in meinem Betrieb gibt es anscheinend sowas nicht. Ja. Ich weiß, dass 30 Kilometer weiter die Stadt, die bekommen Gründungsdarlehen. Ja. In Dortmund bekommt man Gründungsdarlehen. Ach, das ist ja auch schräg. Das habe ich auch noch nie gehört. Also das war sehr komisch. Das ist ja völlig right. Ich war ja schon beim Arbeitsamt gewesen. Ich war offen gewesen. Ich habe gesagt, was ich vorhabe. Und wir haben die im Arbeitsamt darauf reagiert? Meine Arbeitsvermittlerin kennt mich ja schon eine Weile. Ja. Und ich wollte auch eigentlich gar nicht rausrücken. Ich wollte halt erst ein zweitägiges Seminar machen, so ein Basisseminar vom Arbeitsamt gefördert, um erstmal zu gucken, was muss ich für Voraussetzungen haben, um überhaupt selbstständig zu werden und und und. Aber dann hast du Klartext gesprochen und wie hat die Frau vom Arbeitsamt reagiert? Ja, die saß mit offenem Mund erstmal da. Und dann? Hat sie dann auch gute Tipps gegeben, ob ich nicht mit einer Kollegin zusammen wegen der Sicherheit. Ja, so ist unser Arbeitsamt. Ja. Tanja, also ich bitte im Verständnis, dass ich dir da nicht helfen kann. Nein. Und da biete ich auch nicht die Sendung als Plattform an, weil ich hier keine Werbung für Prostitution machen möchte. Nein. Dafür ist mir das dann zu heikle Thematik, die persönlich entschieden werden muss. Ja, nein. Du musst, ich gucke alle auf die Uhr, wir reden schon eine ganze Weile. Ja. Ich finde das, ich unterstreiche das nochmal, dass du wirklich deine Kinder in absoluter Wichtigkeit im Auge haben musst. Ja, ich weiß. Das musst du immer im Auge haben und sei die Verlockung des Geldes noch so groß. So, und alles andere ist deine Verantwortung, deine Entscheidung als Mutter und als erwachsene Frau. Ich weiß. Ich wünsche dir einfach alles Gute, egal was du machst, dass es gut läuft und dass du Glück hast. Okay, vielleicht melde ich mich in einem Jahr. Ja, sehr gerne. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Okay. Alles Gute, tschüss. Bis dann, ciao. Karin ist hier. Karin, halt, wo habe ich sie? Hier. 66. Hallo Karin. Hallo, grüß dich Jürgen. Hallo Karin. Also ich freue mich ja so, dass ich jetzt mal mit dir sprechen kann. Also ich hätte eigentlich jede Woche ein Thema gehabt. Schön, dass du da bist. Es geht jetzt darum, ich werde nächste Woche 67. Gratulieren darf ich noch nicht. Nein, nein, voraus tut das ja nicht gut. Nein. Es ist folgendes, ich habe eigentlich seit 15 Jahren keinen sexuellen Kontakt mehr mit einem Mann gehabt. Ich bin seit gut fünf Jahren verwitwet mit einem zweiten Mann und der hatte mich, ja, es ist jetzt 15 Jahre her, furchtbar schockiert, nach einer Liebesnacht, also da hat er mich dann dermaßen beschimpft, er war wahrscheinlich neidisch darauf, dass ich Orgasmus hatte und bei ihm war nichts und da hat er mich also auf schlimmste Weise beschimpft, ich wäre eine Ruhe und ganz übel und nett und da habe ich ihm nur gesagt, ich werde nie wieder einen Orgasmus haben. Mit dir? Oder generell? Generell. Generell. Ja, naja. Aber du hast dann auch nie... War ein Ehemann, also ein anderer Mann kam sowieso nicht ins Spiel, da habe ich auch nie dran gedacht. Aber das heißt, du hast dem dann so gesagt, mit dir gehe ich nicht mehr ins Bett mit dir, habe ich keinen Sex mehr. Das nicht, ich habe nur gesagt, ich werde nie mehr einen Orgasmus haben, das habe ich ihm gesagt. Ja. Und damit waren auch irgendwo meine Gefühle irgendwie total auf Eis gelegt und war dann eigentlich für mich immer nur, naja, ich habe es dann halt über mich ergehen lassen. Ach so, ach so. Ehrliche Pflicht und... Ehrliche Pflicht und... Aber ohne Spaß und ohne... Für mich ohne... Sinnlichkeit. Ja, also ich war wirklich erkaltet. Ich habe mich wirklich psychisch so nicht mehr in der Lage gefühlt, irgendwas zu empfinden. Und dein Mann ist vor fünf Jahren gestorben? Ja, ja. Und jetzt? Naja, dann... Ich habe eine ziemlich enge Bindung zu meiner Tochter und zu meiner Enkeltochter und ich bin jetzt vor drei Jahren dann zu ihnen in die Stadt gezogen, wir lebten dann bis auf dem Land vorher und da bin ich dann auch so ein bisschen in die jüngere Kreise gekommen und es war immer eine nette Ablenkung und ja, dann hat es sich so ergeben, dass ich aus dem Freundeskreis von meiner Tochter mit einem Mann zusammen war. Im Freundeskreis von der Tochter? Der Tochter war also... Klingt eher ein bisschen jünger, oder? Sagen wir mal, der Mann war gut 20 Jahre jünger wie ich und ich habe eine... Ja, also keine Nacht, sondern einen frühen Morgen erlebt, also und... Bitte? Ich habe mich verstanden. Das kam zum Orgasmus und ich war total von mir... Ich weiß nicht, ob ich schockiert war oder glücklich. Ich kann meine Gefühle gar nicht mehr sortieren oder einordnen. Wann war denn diese Nacht? Was jetzt nun war? Wann war denn diese Nacht? Silvester. Ach, Silvester. Gar nicht lange her. Die erste Nacht nach so vielen Jahren, wo du richtig gut ein gutes körperliches, sinnliches Erleben wieder hattest. Ich kann gar nicht mehr glauben, dass ich irgendwie in dem Alter nur noch, nach 15 Jahren als Frau, sowas überhaupt fähig war. Nein, Karin, du bist 66. Ja, noch gerade so. Na gut, dann bist du 67. Das ist auch egal. Ich habe ja schon mit wesentlich älteren Leuten gesprochen, die mir von der großen Freude und Lust an der Sexualität erzählt haben. Und das fand ich ganz toll. Das hat mich sehr beeindruckt. Tatsächlich. Also, das hat... Das ist gar nicht so unnormal. Nein, nein, nein. Man spricht da nur nicht so drüber. Ja, ja. Und das ist ja... Ich kann auch mit niemandem darüber sprechen. Ist mir klar. Das ist immer noch so... Das ist selbstverständlich. Ich kann weder... Obwohl ich mit meiner Tochter, meiner Enkeltochter so ein enges, vertrautes Verhältnis habe, über sowas kann ich ja niemals sprechen. Und ich habe auch keine Freundin oder Freundin, die mich austauschen kann oder fragen kann, ja, was ist da jetzt mit mir passiert? Ich finde das durchaus normal. Und ich finde es einfach toll, dass es passiert ist und dass du das erlebt hast und dass du nochmal so richtig toll, wirklich auch sinnlich rundherum fühlen kannst. Ja, es ist schon was Gutes, ja. Was ist denn da jetzt mit diesem Mann? Ich habe irgendwie Schuldgefühlt. Ich weiß es nicht. Bist du denn verliebt in den auch? Weil ich nie... Ich bin ein Mensch, der nie an mich selbst gedacht hat. Ich wollte nur immer für die Familie und... So, dann wird es aber höchste Eisenbahn, dass du jetzt... Dann haben wir meine eigenen Bedürfnisse alles zurückgesteckt. So, dann wird es aber höchste Eisenbahn, dass du dir jetzt für das nächste Lebensjahr vornimmst, dass du endlich mal an dich denkst und dass du es dir gut gehen lässt. Wahrscheinlich hast du viel zu viel in deinem Leben schon zurückgesteckt und immer nur an andere Leute gedacht. Immer nur, ja. Immer nur. Jetzt beantworte mir mal die Frage, ob du verliebt bist. Ja, jetzt ist es aber so, dass ich mich wieder dermaßen in meiner Persönlichkeit eingeschränkt habe. Aber ich habe jetzt seit einem halben Jahr meine Enkeltochter zu mir in die Wohnung genommen. Und es sind natürlich auch... Es sind zwei Generationen, die uns trennen. Und ich bin unwahrscheinlich tolerant. Aber es ist so, dass ich jetzt auch wieder meine ganzen Bedürfnisse, mein Leben wieder total in den Hintergrund stelle. Und für sie da zu sein. Das ist natürlich sehr nett, wenn die Oma so freundlich ist zur Enkelin. Aber ich finde, dass die Oma auch ein Recht hat auf ihr eigenes Leben. Jetzt zum dritten Mal. Bist du in diesen Mann verliebt? Na, es ist merkwürdig. Ich glaube, lieben kann ich nicht mehr. Dafür sind meine Gefühle zu sehr kaputt gemacht worden. Ich habe nur ein Bedürfnis. Nach ihm. Nach ihm, ja. Sowohl was das Sexuelle anbelangt und sonst ist er auch ein netter Kerl. Absolut, ja. Absolut, ja. Und würdest du sagen, dass das von seiner Seite erwidert wird, dass er dich auch schon sehr gerne mag und hat dich... Also das Gefühl habe ich schon. Aber wie gesagt, er ist ja nur mit meiner Tochter irgendwie befreundet. Es ist nicht ihr Freund. Nee, einfach nur so freundes. Befreundet. Und was mich auch so ein bisschen heute abends ein bisschen verrückt macht, sie hat mich vorhin angehoben, ja, sie trifft sich mit ihm heute. Das bist du ein bisschen eifersüchtig. Irgendwo in einem Pub oder sonst wo und sind lustig und trinken miteinander und was nicht alles und... Aber deine Tochter weiß gar nichts von dieser... Die weiß gar nichts. Weiß die Enkelin auch gar nichts? Die Enkelin weiß auch... Ich habe mich dreimal begegnet mit ihr zusammen und dann hat es sich ergeben, dass er mit hier zu mir nach Hause gekommen ist und meine Tochter auch und die hat dann immer ein bisschen zu viel getrunken und sie ist dann ins Bett und da habe ich schon gemerkt, also beim beim ersten Mal, dass er an mir interessiert ist irgendwie und dann ist er aber ins Gästezimmer weg und ich habe mich zu meiner Tochter ins Doppelbett gelegt und beim zweiten Mal ist es dann im Gästezimmer, war meine Tochter wieder allein im Schlafzimmer und da ist schon eine ziemliche Annäherung... Also es ist alles ein bisschen heimlich, es ist heimlich und vorsichtig. ...übernachtet hat. Ja. Gibt es denn von... Gibt es denn von... dass man sich trifft? Nein, nein. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Und ich würde auch... Ich hätte auch gar nicht den Mut irgendwie mich da wieder anzunähern. Ich weiß auch nicht, wie er darüber denkt, wie... Vielleicht war das vielleicht für ihn auch ein bisschen zu viel, dass ich mich so habe fallen lassen oder wie nennt man das? Nee, nee, da würde ich mir erstmal gar keinen Kopf machen. Ich weiß nicht, wie ein Mann empfindet. Ich habe zu wenig Erfahrung. Ja, er hat sich darauf eingelassen und das wird ihm auch seinen Spaß... Er hat auch seinen Spaß gehabt. Da würde ich mir jetzt erstmal gar keine Vorwürfe machen. Erstmal sei froh, dass du es erlebt hast, finde ich. Ja, und ich glaube, damit kann ich vielleicht auch noch glücklich werden und brauche vielleicht gar nicht nochmal irgendwie ein Erlebnis. Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber ich würde mich... Kann ich nur sagen, ich bin noch Frau. Ja, aber ich würde mich an deiner Stelle dem auch nicht verschließen, wenn es sich jetzt irgendwie nochmal ergibt. Wenn es sich nochmal ergibt. Mensch, mach es. Mach es. Das ist dein Leben und deine Zeit. Und wenn du Spaß daran hast und wenn du jemanden gefunden hast, mit dem das irgendwie ein bisschen funktioniert, nimm mit. Nimm es mit. Genieß es. Egal, dass er so viel jünger ist. Ach, ist doch völlig wurscht. Wenn ihm das Spaß macht und dir Spaß macht, ist doch völlig egal. Ist doch völlig egal. Und? Wirklich. Naja, wollen wir hoffen, dass du es in ein paar Monaten wieder... Ja. ...deiner Gelegenheit... Und mach dir keinen Kopf, dass das irgendwie... Soll ich nicht. Nein. Ich hoffe nur, dass er nicht drüber redet irgendwie. Ja. Weißt du, und wenn, dann ist es auch nicht peinlich. Ja. Sei mal ein bisschen selbstbewusster. Soll ich sein. Ja, wirklich. Soll ich immer zurückstecken. Nein, nein, nein. Ich weiß, wenn man das sein Leben lang gemacht hat, ist es sehr schwer, da rauszukommen. Ja, ja. Aber man kann sich auch im Alter auch noch verändern. Das ist zwar ein bisschen schwierig, aber man kann das auch noch. Ja. So, nochmal Glückwunsch für das tolle Erlebnis. Ich habe ein bisschen Mut. Bitte? Ich habe jetzt ein bisschen Mut bekommen, dass ich mit dir sprechen durfte, Jürgen. Liebe Karin, wenn es sich ergibt und wenn sich da ein bisschen was anbahnt, mach es. Wenn du dich gut dabei fühlst, dann mach es. Das ist das Hauptargument, das Wichtigste. Ja. Ja? Und wenn er wieder auf mich zukommt irgendwie, also dann muss es ihm ja auch gefallen haben. Genau, genau. So muss man es sehen. Wollte ich mich nicht verschließen. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Gut. Alles Liebe und alles Gute, Karin. Ich danke dir, Jürgen. Und seit wann läuft es nicht mehr gut? Also für mich jetzt offiziell seit einem Jahr, nachdem schon ötlige Frauen hier angerufen haben bei mir zu Hause. Ach so, er geht fremd. Ja. Er geht fremd. Das ist der Hauptgrund. Ja. Und hast du ihn damit konfrontiert? Ja. Gibt er es zu? Nein. Nein? Auch wenn ich jetzt schon einen eindeutigen Beweis für mich gehabt habe, aber ich habe... Er redet sich raus. Ja, na klar. Er redet sich komplett raus und ich würde es mir einbilden. Hast du handfeste Beweise? Ich habe einen handfesten Beweis, ja. Definitiv. Hast du ihn auch mit diesem handfesten Beweis konfrontiert? Ja, und das wäre jetzt irgendwie nur ein doofer Scherz gewesen angeblich. Geht das Ganze denn auch einher damit, dass eine Unzufriedenheit in eurer Ehe läuft? Du sagst seit einem Jahr, ist das irgendwie komisch. Schreitet ihr? Habt ihr keinen guten Sex miteinander mehr? Also ich habe es nicht gedacht. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich es eigentlich nicht gedacht. Und es lief auch eigentlich relativ gut. Ach so. Egal in welcher Hinsicht eigentlich, bis ich dann halt... Er hat sich gut verstellt. Ja, also sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein Mensch so gut schauspielen kann. Das kann also durchaus sein, dass das schon lange läuft und du hast das noch nicht mitbekommen. Ja, das ist halt meine Sorge jetzt, weil ich jetzt nicht weiß, ob es dann schon jahrelang davor ging oder... Aber der Haussegen hängt jetzt seit einem Jahr schief. Also jetzt seit Dezember letzten Jahres erst richtig, ja. Weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, mich zu trennen. Ich habe noch zwei kleine Kinder und... Sind das eure Kinder? Ja. Ja. Das sind unsere Kinder und er sagt halt, wenn ich möchte, kann ich gerne gehen, aber die Kinder bleiben. Ach, er sagt, wenn du möchtest, kannst du gerne gehen? Ja. Das ist aber auch Hardcore. Ja, das ist natürlich... Das heißt ja, du bist dem scheißegal. Das ist ja das Problem im Moment. Ja, das ist ja der beste Beweis, dass er offensichtlich, egal ob er jetzt eine andere Frau hat oder keine andere Frauen hat, dass er dich nicht mehr liebt, wenn er sagt, geh doch. Aber die Kinder bleiben hier. Ja, die Kinder bleiben. Was mit mir ist, ist ihnen dann egal. Ich soll mich nicht so anstellen. Es wäre nichts. Hier rufen auch bei uns, rufen auch Frauen an. Die betiteln mich dann als Hausfrau, als Putzfrau. Ich bin nur seine Putzfrau. Ich frage natürlich auch, was sie denn von meinem Mann möchten. Und dann heißt es, ich hätte gar nicht danach zu fragen, weil ich die Putzfrau wäre. Oh, das klingt aber schlimm. Ja, also... Demütigend. Sehr, ja. Streitet ihr heftig auch miteinander? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Kraft nicht mehr dazu. Und ich möchte auch nicht mehr streiten, weil meine Kinder bekommen auch zu viel mit jetzt mittlerweile schon. Wie alt sind Sie? Meine älteste Tochter, die ist jetzt sechs. Ja. So, und sie kriegt auch dementsprechend nachher auch schon viel mit. Natürlich, ja, ja. Das möchte man nicht, ne? Und die Kleine ist wie alt? Die Kleine wird jetzt zwei. Zwei. Ja, aber die Sechsjährige kriegt natürlich mit sechs schon sehr viel mit. Na klar. Das heißt, da muss aber wirklich was passieren. Ja, für mich ist halt das Problem, ich bin finanziell auch sehr abhängig von ihm. Ich habe früh geheiratet, ich war gerade 18. Ich habe keinen familiären Rückhalt von meiner Familie. Da besteht kein Kontakt. Ja, aber dennoch gibt es natürlich für die all diese Fälle ganz klare und auch bis vor allem gute Regelungen und Gesetze. Das heißt, du brauchst eigentlich erstmal eine richtig handfeste Beratung an deine Seite. Ja. Das wäre das Allerwichtigste. Das Problem ist, ich habe von solchen Dingen eigentlich gar keine Ahnung, weil ich habe meine Ehe eigentlich nur mit einer rosenroten Drille gesehen. Also für mich war ja, wie gesagt, vor den ganzen Geschehnissen war für mich alles in Ordnung. Pass aus, Sabrina. Meine Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Aber wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena. Ja. Da könnt ihr grundsätzlich noch gerne noch weiter reden. Und Magdalena wird dich aber auch mit diesen ganzen handfesten Informationen und Anlaufstellen, was du alles in die Wege leiten musst, versorgen. Und sie wird dir erklären, was du zu tun hast. Ja, das ist nett. Super. Dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, das war es für heute in der Technik. Thomas Wittig und Volker Tarrke. Bis nächstes Mal.